Hallo Halil meine lieben Freunde Leute, hier ist eure Sachse Baxi Daxi und wir zocken weiter mit One Piece Pirate 2S3 Kapitel 3 Episode 1 Die Stadt des Wassers Das war so zu nie an Kapitel 3 Schon wieder Raffi? Segel absetzen Und ja, Raffi hat ein bisschen gepumpt, habe ich gesagt letztes Video, dass ich werde diese Kaninchen Nach dem Siegner über Engel verlassen, die Freunde die Himelinsel umfahren, der Zimmermann der Fly Lame reparieren zu lassen Und das waren Sie eine unerwartete Begegnung Dieser Mensch war Oh, du bist ja Niko Robin Eine richtige Frage von Niko Robin Was ist los Robin? Kennst du den? Der 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 Ich bin hier in Kolonne und weil ich mal einen Wettbewerb Diesen Würfel will Monkey Giraffe Also von hier doch lieber sofort sterben Ich glaube ein Teil von Niko Robin Außer du vielleicht Niko Nein, ich bin nicht mehr Ich sage euch nicht eines Im Zukunft wird euch Niko Robin über den Kopf wachsen Sie ist unter einem böse Schirm geboren Und ihr werdet mit dieser Lassen nicht frei werden Ich könnte euch hier ganz einfach auflöschen Aber ich schaue euch noch ein wenig Kukorin Also dann Okay Boah die Admiral Okay Das Stadt des Wassers Kai-Bun Der Spannende Die Muglager Die Muglager Die Muglager Die Muglager Der Zufall Das Zeug Erich Der Sie Fertig Ich habe ein Schiff, wir brauchen ein Schiff, aber die Flailer war klasse, aber hier drin sind uns auf die Flailer klasse. Moment, soll das helfen? Wir können uns keine Reparieren leisten? Nein, das ist nicht der Grund, warum denn? Warum sollten wir den Schiff wechseln? Die Flyer kann nicht mehr reparieren werden. Es geht einfach nicht mehr ansonsten würde ich sowas nie sagen. Nur weil ein Pappeschiff auch sagt, dass es nicht mehr geht. Das heißt, noch lange nicht hierher so weit gekommen zu sein. Wie kannst du so einen Treuefreund hier verrecken lassen? Ich verstehe einfach nicht, was soll das, was, was soll ist, oder? Du bist kein Schiffbau. Ich aber meine entscheidende Welt und nicht was du sagst wird daran was ändern. Rufi, nicht jeder steint ständig die Sonne so was um aus dem Arsch wie dir. Ich bin bereit, einfach nicht die letzten Kameraden so gut in Stich zu lassen und einfach weiter zu sehen. Reiß dich mal zusammen. Du bist der einzige, wenn das leicht tut. Wenn mir das tut leid, warum willst du denn ein neues Schiff haben? Weißt du was? Wenn mir nicht so gut sagt, was ich sage, dann schla... was? Schleich dich, Rufi. Spinnst du? Reiß dich an, Rufi. Du sagst nicht einfach solche verantwortlichen Sachen. Nein, ist schon okay, Rufi. Ich habe schon verstanden, was du wirklich über mich denkst. Was? Was? Ja, wenn ich was will, was du nicht mehr brauchst kannst. Wenn ich das sage, wenn du das Schiff aufgibst, mach mit mir ruhig das Gleib. Wenn du nicht loswerden willst, weil wir verschiedene Meinungen sind, dann gehe ich. Ich steige aus. 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 Wird diese Wotersammel dann nächste Mission? Äh das nicht. Ja aber die unten bekomme ich schon, das weiß ich. Äh ja dann können wir noch Verbrecht sein. Ne, sowieso brauchen wir jetzt. So, dann kämpieren. Wow, das ist schon heftig finde ich. Oh, das ist schon heftig. Oh, derown er. Das war's für heute. Ah! GOMU GOMU NO! GRUHITTER Was ist das? Das war's für heute. Ich bin jetzt auf dem Land. Ich bin jetzt auf dem Land. Okay, Risopp. Es war so viel Spaß. Es ist schwer. Das ist der Käpt'in. Du wirst. Das war's für heute. Wenn du dich schaffst, dann wirst du dich an, die wir glauben. Wir müssen die船 aufbauen. 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 Ich habe es nicht gehört. Ich habe es gehört. Ich habe es nicht gehört. Ich habe es nicht gehört. Luffy, ich gehe zu sehen. Loll! Was ist das? Was ist das? Okay. Soll Ah so, ich denke, ich kann nicht die Kassel. Ah, ich will nicht. Was ist das? LOLL! So Samji, ich habe mich nicht, ich habe mich nicht, ich habe mich nicht. Okay. Okay. So, wieso die wollen die Flylem aufgeben? Die Flylem ist so scheiße. Die Flylem ist so scheiße. Sie können vielleicht 1-2 Tage schwimmen. Und dann wird sie auch Schanamler. Deswegen hat ein Schiff, der so sehr begabte auf diese, oh, dasselbe. Ich habe einmal gesehen, dass der, diese Schiff ist nicht so dabei. Und er ist sowieso gebrannt zu dieser Schiff, weil sie den Schiff von Kaya bekommen. Das Kaya ist der, wie man weiß, der diese große Liebe von Schiff. Die Flylem ist so. Hallo. Wie weiter Flylem? Hey Leute, hat mich gerade jemand gerufen? Seid mich schüchtern, frag mich nach meinem Namen. Ich bin der Superhotel dieser Insel. Das ist der Gesicht. Hier, Water Seven. Ihr habt richtig gehört. Nämlich... Branky! 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 Das ist denn... Was für ein... Das Per... 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 Los Stroho! Spielen mit meinen Süßen und da... Ha... Unter... Ah... Ne... Man... Die sind... Hey, Bad Hose. Ich bin Ruffy. Entsstand die Das war's für heute. Ah, ist das? So, was ist noch passiert in den Boss? Ja, die Kleidung? Ah ja! Da kommt gleich wieder auf. Ne, das war auch passiert. Ja, in einem Armada ist passiert, dass die Private Bumble hat den Lenox sehr schwer verletzt. Wieso ist das? Weil die haben den Mistzock. Wie ich kann sie eigentlich so pumpen an, wie das war. Das war so, dass die Stoffel Bumble hat Gold von dieser Skypiea, also von dieser Himmelinsel. Hatten die noch. Hatten noch die Gold und sie haben das verkauft. Und dafür haben sie 300 Millionen bekommen. Und Frank... Und Franky Panther hat irgendwie... Ich habe gesehen, der Mistzock war die Schwächste und nicht so ganz schlaue. Und deswegen hat er das bekommen... Ja... Ja... Der... Bekommendes... Ich müsste es sagen... Ähm... Wenn der Stoffel Bumble hat... Vielleicht ist das Gericht, bei dir... Ich werde das Gericht, auf den K ochtendern. Da muss ich noch ein Bling! Der, den, 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 den. Ja... Ich werde das, das Gericht! Ja... Das Gericht ist okay. Boatsteht hat er... Ja... Eier Borde... Und... ... Soll... ... Oh, Zorro. Möge stolz und gefährlich. Scheiße. Scheiße. Die Schwierigkeit! Schiss, Sonson! So, da ist noch ein Und hier ist noch ein Oh! Probably ist bei Robin wahrscheinlich Das ist ein schönes Kumpel. Komm! Choppa! 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 Choppy Chop! LOL! LOL! So, hab ich auch wieder zu labern. Das haben wir 3 Millionen. Und ja, das ist der Frank Wander. Eine Million Bäre. Eine, eine Million Bäre hatte Raffi dabei. Eine hatte Nami und eine hatte Raffi. Raffi war ein bisschen stark. Oder zu stark. Und wir wahrscheinlich sind unten noch zu stark. Und ähm, der Lissow war der Schwächste. Ich weiß nicht. Und deswegen hat... Für mich noch nicht mal für die Technik war. Das ist doch schon so schlimm. Ich werde es vor einer Trämpion aufschauen! 3-Ton-Ryu! 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 Jaaa-i! Lass ihn ja. Ja, ja! Cranky! Ja, ja! Alta! Was ist noch nicht so?! Wo ist der? Das war's für dich Chopey Chopey boy Oh Ich versteh das Robyn ist da Ja Okay, jetzt die Geschichte Ich bin große, Nicolobyn Ich bin immer noch nie Ich will dich immer noch mal treffen Ich will dich immer noch mal treffen Bevor du diese Welt zerstörst Du bist die Einzige in der Welt den Kultenbrücken nehmen kann. Die einzige die die antiken Waffe rückenbinden kann. Woher weiß du von den Kultenbrücken und den Waffen? Ich habe die Pläne für den Antikpapel gearbeitet und arbeitest mit denen und weiß das nicht. Unglaublich. Was weißt du schon von mir, die mich an der Weltregierung in der Wahnsinn getrieben hat? Wenn du die Kultenbrücken zu sehen hast, war ich zu ihnen. Ich habe einen Wunsch und ich möchte, dass er sich erfüllt, selbst wenn ich dafür alles aufgeben muss. Ich habe einen Wunsch und der wäre, dass von mir abgesehen, als sechs Mitglieder der Stoffruppe sich von dieser Insel abgelegt können. Und für diesen Punkt, verspürst du eine solche Waffe? Ist dir, wirklich egal was mit dieser Welt passiert, nicht im geringsten. Okay. 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 Ready? Okay. 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 Ich bin gar nicht so viel gelb. Ich bin zum Flecken. Ja wasch. Oh man, wieso ist es so? Nee. Oh, ich kann nicht mehr. Aber langsam darf ich kein Ding mehr. Ich bin kein Ding mehr. Schau doch nicht. Das ist, dass die Kugeln stattfindet. Loll. Ich begann sie. Ich bin ein Kugeln. Ich bin ein Kugeln. Okay, das ist ein Kugeln. Loll, zweie wurde Kugeln. Was war das für ein So- Was war das für so? Neuer Report! Also meck ich jetzt so... ...macht die fucking Zeit auf. Äh, die meckere Hälfte... ...und... 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 ja jaja ja und und ja 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 das ist sehr cool ja ich weiß Es geht hier. Äh, ich hoffe, alles gut. So, jetzt fangen wir richtig an. So, jetzt fangen wir an. So. So, jetzt fangen wir an. Nicht schlecht. Aber das war nicht... Da müssen wir ein bisschen Gas geben, ich bin irgendwo, das ist so gut, ein Gegner. Oh, da ist er, da ist er nicht, aber da ist er nicht, aber ja, besser halt nicht. Ja nicht, das ist ein Problem, es ist ein Problem. Ich bin hier nicht so gut, denn jetzt ist ein Wunder und das ist ein Problem. Ich bin hier nicht so gut, aber ich bin hier nicht so gut, ich bin hier nicht so gut. sooo also siehst du so einen der Niko-Dobbe hat, die eigentlich ziemlich cool die lassen die ja weiß in der nächsten oh ja, ey ey ey, das ist toll, das ist toll, das ist so toll Was? Ja, ja. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich habe ihn nicht gesehen. Ich bin der Fall, ich bin der Fall, ich bin der Fall, ich bin der Fall. Yeeeeeeah, das ist gut! So far is heeeeeein! Oh yes! Oh yes, we're good! Oh yes, we're good! So far is hein! Das ist ja auch schon ein Punkt, aber das ist ja auch schon ein Punkt. Ja, der hat ja auch schon ein Punkt. Ja, der hat ja auch schon ein Punkt. Ja, der hat ja auch schon ein Punkt. Aber ich gebe mir nicht. Oder? Oder nicht. Oder dort? Die Torhüter schon wieder so. Was ist die Dame? Was ist die Dame? Was ist die Dame? Ah, das ist die Dame. Was ist die Dame? So, jetzt, Mann, sehen wir, wenn wir sehen, dass wir den weißen Versuch haben. Schon 3000 haben. Oh, okay, man. Oh, wow. Das war ein Schein. 3-Hundert-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton-Ton! Wenn da nichts ist gerade, würde ich machen. Gehen wir erst mal zu Chopper. Diese R sagen uns nicht mehr was. Loll, ist offen! Denn er hat... Oh, Robin! Was sind die Pläne für diese... Antifa, Pluton, Saks und Slipper? Oder es verliert noch mehr ihr Lieben Eisberg. Na! Ihr seid... Ihr gehört zur Regierung! Genau! Wir haben... Wir haben... Hizino... Aber... Wir haben... Spitzia... Spitzia... Und andere... Ah, Spionier und Andras. Und für diese Aufgabe ist der zeitliche... La... Lager... Ich habe ein paar Schritte... Spitzia... Zurück zum Thema... Die Frage ist, wir haben... Dass so eine... Femurtlich ist... Ihr habt... Femurtlich... Femurtlich ist... Femurtlich ist... Femurtlich ist... Für Vergnügung, wie du die Rede rechnet, sicher damit getötet zu werden, also hast du sie doch bestens jemandem verantraut. Auf dieser Rede ist es einmal die Rödinger Schiff, der Name Tom gerichtet. Er hatte zwei Lieblings, du warst du, der älteste und der andere war Name. Aber dieser Mann ist bereits in der Fall. Er hatte eine lange Zeit durch ein Unfall angeboten. Aber er überlebt und nennt sich nur Franky, Franky. Es würde ein... ...ein... 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 ...reaktion... ...ist aber wohl... ...de... ...schwarz getroffen... ...okay! Was ist das? ... ... Robin? Endlich haben wir dich gefunden. Ich gehe... ... ... ... ... Hey, Wouter! Geh nicht runter! Doch, Christoph! Keep up! Loll! Ah. Ich habe mich nicht mehr verletzt, aber ich kann mich nicht mehr aufnehmen. Ich bin sicher, dass ich mich nicht mehr aufhören kann. Aber warum ich so schwer bin? Ich will, dass ich die Welt nicht mehr aufbauen kann. Jetzt kann ich mich nicht mehr aufbauen. Ich würde mich nicht mehr aufbauen. Ich würde mich nicht mehr aufbauen. Lolloll! Loll! Oh, du kannst du schocken. Oh, okay. Du bist eh, lass. Das war ziemlich klar. Sieg! 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 Es ist über menschliche Fähigkeiten, die wir so genannten haben, sind die sechs Formen, die wir so leicht mit uns fertig werden, die dem wirklich der Wettregier-Vergier-Vergier-Vergier-Vergier-Vergier. Wir sind nur ein paar Gedanken, wir haben keine Ahnung, wie große Unterschied zwischen uns und euch ist, dass es so lustig ist, aus mit euch ist, werde ich euch zum Schluss noch was Interessant sagen. Okay. 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 Okay Leute, das war's mit dieser Folge gleich. Boah, ich hab gewusst wegen dieser einen. Nein. Hab ich zu lange gebraucht. Okay. Ja geil. Ja. Ja, ja, ja. Oh, komm schon rein. Ja, ich dachte, wie er auch gestiegen ist. Loll! Mit Gold! Ja, wirklich behalten. YOLO! Bekommen sie immer oder nicht? Doch, habe ich! Nice! Das ist schon gut! Komplett! Okay! Zweiter Gang habe ich schon! Das ist schon nice! So Leute, das war's für diese Folge und wir sehen uns in der nächsten Folge bei Kapital Episode 2 Die Piraten gegen die PC-9 So Leute, das war's! Ich freue mich, dass ihr euch hier angeschaltet habt und ja, wir sehen uns im nächsten Video! Tschüssi!